Hallihallo Leute, ja, ihr befindet euch jetzt auf meinem neuen Kanal, alter Kanal, der ist ja sozusagen in stillgelegt worden, aus entsprechenden Gründen, sind dort erläutert, ja, vielen Dank, dass ihr schon mal hierher gekommen seid, euch das anzugucken, abonnieren wäre natürlich super, also gerade an meine alten Abonnenten, wenn ihr euch sozusagen vom alten Kanal löst und hier rüberkommt, den alten Kanal könnt ihr deabonnieren, ihr könnt auch noch beibelassen, solange die Videos noch nicht alle übertragen sind, die werden nach und nach kommen, das Design wird natürlich auch abgeändert, das dauert natürlich, ich habe ihn jetzt gerade eben erst erstellt und ja, die Videos werden zum Teil, also nicht alle, sondern der größte Teil wird übertragen und dann wird es ab sofort dann auch hier weitergehen mit Videos und allem Leitern. Es ändert sich für euch eigentlich nichts, außer dass der Kanalname jetzt genau andersrum steht, die Abstimmung, äh besser gesagt, keine Abstimmung habe ich gemacht, sondern ich habe euch ja gefragt, ob ihr Vorschläge habt. Leider ist jetzt keiner dabei gewesen, wo ich jetzt gesagt habe, ja, den will ich unbedingt übernehmen oder aus bestimmten Gründen, die mir auch gefallen haben, wollte ich dann doch nicht nehmen, aber ich habe mir jetzt für den Namen entschieden, einfach den Namen gedreht, sonst ändert sich eigentlich nichts für euch, es geht eigentlich wie gewohnt weiter, die Videos werden jetzt halt neu geschnitten, die Intros werden jetzt vorne abgeändert durch ein neues, das muss ich jetzt halt auch erst noch erstellen und sobald es erstellt ist, wird es vorne herangeschnitten, neu gerendert und hochgeladen. Das war es eigentlich auch schon und jo, ich hoffe, ihr bleibt mir treu und dass es hier ein neuer, gescheiter Kanal wird. Also bis zu den Videos, man sieht sich, ciao!